Jetzt finden wir eine 17er große Klingenwaffe, wo wir es nicht mehr brauchen. Sag mir jetzt nicht, dass wir auch noch ein Schild finden oder gefunden haben und ich es nicht gemrafft habe. Nein, ist immer noch 19er, kein 18er Schild. Aber ja, jetzt haben wir Blutmond gefunden. Sieht im Allgemeinen cooler aus, ist aber schwächer und dadurch nicht so praktikabel. Oh, schnell! Sofort! Me! Sofort! Sofort! Sofort, noch Pizza! Sofort! 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 passiert die ruhe ruft wenn ich fand ich schön wenn du dir wieder aktiviert oh und ich habe vergessen zurück mit euch ach du meine gültige achtung achtung Zerrückt mit euch! Achtung! Was ist passiert? Verschrindet! Darf ich töten? Die sollen weggehen! Das war immer noch nicht der letzte Sehensschmied. Was ist passiert? Achso, er lebt ja noch. Geht's los? Wo ist meine Keule? Darf ich töten? Die sollen weggehen! Okay, Champions habe ich nicht so viele verloren. War das immer noch nicht der letzte Sehensschmied? Nein. Hier! Schnell! Sofort! Feindlicher Angriff! Was ist? Feindlicher Angriff! Geh her! Schlagt sie zurück! Ja! Schließt die Reihen! Also ja, jetzt seht ihr mal einen normalen Titan. Die sind nämlich so... Schließt die Reihen! Mit da! Haltet durch, Männer! Verschwinden! Zieh zurück! Oh, da kommt er! Oh, da kommt er! Oh, da kommt er! Auf mein Zeichen! Ich hoffe, das ist jetzt langsam mal der letzte Sehensschmied. Achtung! Achtung! Also von denen, die hier rumrennen, meine ich natürlich. Es gibt ja noch genug Sehensschmiede nachher. Okay, das war der letzte Sehensschmied. Jetzt muss ich mich gerade nur noch fragen, ob das die Skorpione gespawnt hat. Ja, das hat die Skorpione gespawnt. Beziehungsweise die Skorpione sind da. Also eine Zerstörer heißt die Version halt hier. Auf mein Kommando! Mir nach! Folgt mir! Vorwärts! Folgt mir! Verschwindet! Stehe bereit! Verstanden! Haut ab! Wird sofort ausgeführt! Schließ die Reihen! Aber noch haben die eisenen Skulptione zum Glück! Keine Lust! Irgendwas zu machen! Schlag sie so! Schlag sie so! Schließ die Reihen! Wird sofort ausgeführt! Schließ die Reihen! Zu Befehle! Was zur Hölle! Zu Befehle! Zu Befehle! Zuhören die! halte durch männer auf mein zeichen und los also ja von hier kommen die skorpione und los mir nach mir nach folgt mir war war halte durch männer stehe bereit geht's los was ist geht's los war fliegen was ist was wollt ihr ja hau 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 auf meinem befehl auch gut so alle aus ratten tötet alles auf dem weg so so wo ist meine aber gut wir sind hier schon mal die seelen schmiede los was 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 ist passiert hier alles alles klar wird sofort ausgeführt auf dem weg hat und los mir nach So, schalten wir dann erst mal den da oben aus. Hör dich mal auf, dich ständig zu heilen, du. Es ist furchtbar, wie schnell sich die Scharpriester heilen können, ey. Ja, sofort. Zum Angreif. Auf meinen Befehl. Ach ja, wir wollten speichern. Mal wieder. Also, Sicherheit speichern. Hier oben ist noch alles in Ordnung. Die können von mir aus da jetzt auf die Helden zurennen. Hier, sofort. Die wollen nicht gehen. Was wollen die? So, ich taste mich jetzt mal nach vorne vorsichtig. Na, schön. Guck, wo der verdammte schwarze Turm steht. Von mir aus. Ach. Genau so macht man das. Weg mit den Nervenkerlen. Was wollen die? Verstanden? Was ist? Bereits? Ach, gut. Die sollen weggehen. Verstehen. Zurück mit euch. Ja, schön. Kämpft. So, der Turm ist weg. Wir können einmarschieren. Was wollen die? Was wollen die? Verschwindet! Lästige Schmeißflieger. Vorsicht! Hau ab! So. Jetzt berühren wir die Säule. Und sie machen sich auf den Weg. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Verzüglich! Verstanden! Da kommen sie. Whoa! Wir haben eher die Säule.